1.790 Stumble-Token hab ich aktuell nur noch übrig. Leute, heute ist es wirklich soweit. Wir werden alles geben. Wir werden Gas geben. Wir werden nämlich versuchen, dass wir endlich den allerletzten Spezial-Skin hier bekommen. Tsai Tai Shongu und Hatzmat NBC. Den würde ich eigentlich auch noch gerne haben. Zwei Skins fehlen uns also noch. Lasst dafür einen fetten Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Und wie gesagt, morgen am Samstag um 9 Uhr morgens findet ein Livestream statt. Ihr könnt auch noch beim Gewinnspiel teilnehmen. Also kostenlos Google Play und iTunes-Guthaben gewinnen. Ihr müsst nur am Start sein. Wir labern eigentlich gar nicht lange herum. Wir müssen sofort reinsteigen in das Opening. Denn das wird hier auf jeden Fall ein etwas längeres Video. Wir haben 3.300 Stumble-Token. Können also eigentlich schon über 100 Mal drehen. Denn ich gehe davon aus, dass wir überwiegend Duplikate bekommen und dann neue Stumble-Token bekommen. Also über 100 Mal werden wir im heutigen Video einfach drehen. Und wenn ich dann nicht mal einen Spezial-Skin bekomme, dann flippe ich wirklich am Ratz, Leute. Deswegen lasst unbedingt einen fetten Like da, Leute. Dann sehe ich nämlich auch, dass ihr diese Openings feiert und mir auch die Daumen drückt, ne? Denn das ist das Wichtigste daran. Und ich habe gehört, das Wochenende startet auch gut, ne? Mit einem Daumen nach oben. Oh, startet das Wochenende super gut, dachte ich mir. Ei, 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 ei. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch denn Ferien hat. Denn das werden wahrscheinlich die meisten sein. Deswegen ist wahrscheinlich das Wochenende sowieso egal. Aber gut. Also, Leute, ihr seht, wir starten hier gerade ins Opening und ziehen nur die typischen Sachen, die man eigentlich auch erwartet hat. Ist jetzt noch kein Spezial-Skin am Start, aber das kann ja alles noch werden. Ich bin wirklich gespannt, Leute, ob wir vielleicht sogar noch den einen anderen legendären ziehen. Denn ihr habt ja gesehen, ein legendärer Skin fehlt uns ja immer noch. Wo mich... Also, ich frage mich sowieso, wie das überhaupt möglich ist, dass uns noch ein legendärer Skin fehlt. Ähm, keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht beantworten, Freunde. Ah, ja, 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 ja. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn wir einfach noch einmal jetzt nicht den Spitz... Oh! Ich wollte es gerade aussprechen. Ich wollte gerade sagen, es würde mich nicht wundern, wenn wir einen Spezial-Skin ziehen, aber es dann wieder ein Duplikat wird. Ey, es ist doch einfach nur noch zum Weinen. Leute, dieses Spiel möchte uns einfach nur noch trollen. Anders kann ich mir das langsam nicht mehr erklären. Denn wir haben, wie gesagt, alles schon hinter uns. Wir haben schon das Wichtigste hier in dem Spiel gezogen. Aber warum muss es dann immer ein Spezial-Duplikat sein? Ihr könnt ja... Oh, ich hatte gerade... Ich hatte gerade schon gedacht, oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein. Das kann es jetzt nicht sein, dass wir den Spezial-Skin bekommen. Aber, naja. Okay. Wieder ein Duplikat. Und also der Grüne fehlt uns noch. Ich kann es einfach nicht glauben, dass uns noch dieser eine Spezial-Skin fehlt. Das hier unsere Ausbeute. 700 Dumble-Token haben wir dazu bekommen. Ey, Leute, wir können über 100 Mal einfach drehen. Über... Das ist der reinste Wahnsinn. Wirklich, das ist der reinste Wahnsinn. Und deswegen werde ich jetzt mal nur die spannenden Szenen in das Video reinschneiden, weil das kann hier wirklich ein sehr, sehr langes Video werden, Freunde. Oh, ganz, ganz knapp am Spezial-Skin wieder. Es wäre allerdings, muss man dazu sagen, auch ein Duplikat gewesen. Captain Goldheart haben wir ja bereits. Das ist natürlich echt schade. Aber, naja. Und wieder ein legendärer. Allerdings auch ein Duplikat am Start. Naja. Okay, dann drehen wir mal weiter. Oh, ich dachte schon, jetzt kommt noch mal ein... Einmal Dynamite-Tron. Das wäre ja krank gewesen jetzt, aber... Nix da, Leute. Nix da und episch. Und das hier war der Durchlauf. Nix Besonderes haben wir gezogen, Leute. Ich muss wirklich sagen, ich wundere mich allmählich darüber, warum wir nicht mal den einen legendären Skin ziehen, der uns noch fehlt. NBC hieß der ja, glaube ich, mit der Gasmaske. Also, dass das so unwahrscheinlich ist, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Deshalb wundert mich das total. Aber wir bleiben natürlich am Ball. Freunde, ein Slot nach hinten. Ein einziger Slot nach hinten und es wäre vorbei gewesen. Naja, wir bleiben am Ball, Freunde, wollte ich sagen. Und hoffen das Beste. Drückt mir die Daumen. Uh, ganz, ganz knapp wieder an einem Spezial-Skin. Es wäre wieder ein Duplikat gewesen. Aber naja, weiter geht's. Und das hier ist der nächste Durchlauf gewesen. Wieder nur Duplikate. Nicht mal der legendäre wurde uns in dieser Runde gegönnt. Wir waren nicht mal annähernd nah dran am Skin, am Spezial-Skin, den wir benötigen. Aber so ist das nun mal. Aber dieser eine legendäre Skin taucht auch gar nicht auf dieser Glücks-Radscheibe auf. Also, ich hab da jetzt auch mal ein bisschen öfter versucht, drauf zu achten. Da tauchen wirklich nur die typischen legendären Skins auf. Aber den, den wir benötigen, sehe ich hier wirklich keinmal. Naja. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch Glück im Laufe des Videos. Denn aktuell ist davon weit und breit keine Spur. Und hier sehen wir den nächsten Durchlauf. Oh mein Gott. Freunde, wir haben 3129 Stumble-Token noch übrig. Wir haben also schon einige Male hier am Glücksrad gedreht. Und es hätte wieder so schön sein können. Aber natürlich bekommen wir ausgerechnet nicht diesen Skin. Stattdessen gönnt unser Spiel lieber den epischen Königenskin. Ich könnte weinen. Ich könnte wirklich weinen, Freunde. Aber wir lassen uns so langsam auch noch nicht, äh, so langsam, so schnell auch nicht unterkriegen. Denn wir drehen hier, bis wir hoffentlich endlich dann unseren Spezial-Skin am Start haben. Was allerdings einige Minuten dauern kann. Ich nehme hier schon seit 7 Minuten gerade auf. 8 Minuten sogar. Bis jetzt haben wir einen Spezial-Skin gehabt, den wir jedoch leider schon haben. Und das ist der nächste Durchlauf, Freunde. Da haben wir wieder nichts erwischt. Wir erwischen auch größtenteils nur epische Skins. Dachte ich mir, ey, irgendwie ist euch mal aufgefallen, immer wenn ich das allererste Mal anfange zu spinnen, sind wir so ganz knapp am Spezial-Skin dran. Also immer einen zu weit. Irgendwie ist das jetzt schon so oft passiert. Keine Ahnung, ob das Zufall ist. Aber es ärgert mich auf jeden Fall. Und den Legendären bekommen wir natürlich, den wir schon 80 Mal gezogen haben. Ai, 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 ai. Also ich muss wirklich langsam sagen, ich bin schockiert darüber, was wir aktuell ziehen. Das ist wirklich der absolute Müll. Und da ist der nächste Durchlauf auch schon beendet worden. 2.750 Stumble-Token sind noch übrig. Das sind auf jeden Fall jede Menge. Aber wenn es so weitergeht, sind die auch schneller weg, als wir gucken können. Deswegen heißt es hier gerade einfach nur Daumen drücken und hoffen, dass wir vor allem nicht nochmal ein Duplikat ziehen vom Spezial-Skin, sondern genau den, den wir benötigen. Das wäre auch der falsche gewesen. Hätten wir den gezogen. Deswegen besser, dass wir den nicht haben. Also ich muss wirklich sagen, wenn wir echt diese 3.800, sogar über 3.800 Stumble-Token ausgeben und dann immer noch nicht den Skin haben, dann weiß ich nicht mehr, was ich davon halten soll. Also wenn wir dann immer noch wirklich diesen einen Spezial-Skin nicht haben und den einen legendären Skin ebenfalls nicht, dann kann ich das langsam, glaube ich, nicht mehr verarbeiten, weil das wäre schon wirklich, wirklich richtig, richtig traurig. Aber noch ist das hier nicht vorbei. Nein, den Spezial-Den legendären hätten wir gebraucht. Den legendären hätten wir gebraucht. Das war genau der, der uns fehlt. Ich glaube es nicht. Und dann springt der einfach einen Slot vorbei. Es ist zum Kotzen, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Ich meine das langsam ernst. Ich meine das langsam wirklich ernst. Ich dachte schon zweimal in Folge einen Spezial-Skin. Hört mir auf und dann noch Duplikat. Ey, nee, hört auf. Hört auf. Warum? Womit habe ich das verdient, Freunde? Ich kann es mir nicht beantworten. Dass das Spiel mich mit diesen Duplikaten und Spezial-Skins so quälen will, es ist einfach nur zum Weinen. Ja, und da einen, einen weiter hätte sie gehen können. Einen einzigen weiter. Aber nein. Ja, das ist, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Leute, ich will mich ja gar nicht beschweren. Wir haben einen Spezial-Skin gezogen. Ja, das ist ja auch alle schön und gut. Haben dadurch, dass wir den Spezial-Skin gezogen haben, nochmal neue Stumble-Token bekommen. Aber muss das denn sein, dass wir hier so auf die Probe gestellt werden? Immer nur mit Duplikaten-Spezial-Skins und nicht den Spezial-Skin, den wir haben wollen. Ich weiß ja nicht. Das ist hier wirklich, ja, Folterei könnte man schon fast sagen. 13 Minuten drehe ich hier am Rad. Also am Glücksrad, aber ich auch drehe selbst am Rad. Was dafür, wie gesagt, einen fetten Like da, Leute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, denn jetzt wird es langsam wirklich spätestens Zeit. Ich denke mal, dann ziehen wir auch gleich den Spezial-Skin, den wir noch brauchen, wenn ihr alle nochmal fleißig liked. Und das war es mal wieder komplett. Nur epische gezogen in diesem Durchlauf. 2800 Stumble-Token sind noch übrig, Freunde. Ich frage mich echt, wann der Tag kommt, wo wir belohnt werden für das, was wir hier durchmachen müssen. Weil das ist langsam echt nicht mehr lustig. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier so lange an einem Rad drehen und dann einfach nur Sachen herausbekommen, die wir gar nicht benötigen. Und da wäre es schon wieder gewesen unter, ja, Spezial-Skin, Leute. Oh Mann, Leute. Oh ja! Das kann nicht wahr sein, Leute. Ein einziger Sprung. Er war sogar, er war schon fast drüben. Er war sogar schon fast drüben. Ist schon fast drüber gesprungen. Ich wollte schon hier ein Feuerwerk starten. Ich wollte schon die Raketen rausholen. Aber nein, nichts da, Leute. Natürlich wird uns der Skin nicht gegönnt. Ey, echt. Es ist einfach nicht mehr schön. Es ist einfach nicht mehr schön. Also ich habe jetzt mal ausgerechnet, wir drehen in diesem Video auf jeden Fall schon super oft am Rad. Ich glaube, das sollten jetzt gerade schon so um die 50 Mal sein. Das ist doch krank. Das ist wirklich krank, Leute. Und da seht ihr auch wirklich, ja, warum ihr das nicht nachmachen solltet. Ich verdiene mir ja mit den Videos noch Geld. Deswegen mache ich das gerne für euch zur Unterhaltung alleine. Aber selbst solltet ihr nicht so viel Geld reinstecken in das Spiel. Denn ihr bekommt wirklich nur Müll heraus, Leute. Ihr seht es ja selbst. Dass ich aber nach so oft drehen nicht mal den einen fehlenden legendären Skin bekommen habe. Oder, ja, bislang habe. Das ist echt ein Scherz, ne? Also es ist wirklich ein Scherz, dass ich nicht mal den einen legendären Skin bekommen habe. Also, dass ich den Spezial-Skin noch nicht gezogen habe. Okay, bewundert mich jetzt irgendwie nicht. Aber nicht mal den legendären? Was ist da los, Leute? Das ist ja krass. Das ist wirklich nur noch krass. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte es schon gerade sagen, dass sie mich echt veräppeln wollen, ne? Ich hätte es nicht glauben können, Freunde. Ich hätte es nicht glauben können. Eieieiei. Eieiei. Und da schaut uns der Inferno-Dragon nochmal lächelnd an. Wird dann aber natürlich übersprochen. Leute! Leute! Was ist das denn? Was ist das denn? Und das wäre unser Legendärer gewesen, der gefehlt hat. Ey, das Spiel wird uns sogar doppelt hintereinander veräppeln. Ey, das ist langsam einfach nicht mehr normal. Langsam ist das nicht mehr normal. Ich kann es nicht mehr fassen. Seid mal ehrlich, Leute. Wie viel Pech kann man in einem Video haben? Ich glaube, mehr geht langsam nicht mehr. Ja! Ja, Mann! Nein! Nein! Was ist das denn, Leute? Immer und immer und immer wieder wird einfach kurz davor das Ganze beendet und uns die Hoffnung kaputt gemacht. Es sieht immer so gut aus, aber nie reicht es, um dann wirklich den Spezial-Skin zu bekommen, den wir uns wirklich wünschen. Er springt einfach immer zurück. Immer wieder springt er aufs Neue zurück. Ey, hört auf damit. Ich musste erstmal ganz kurz eine Pause machen, Leute. Ich drehe 18 Minuten 30 gerade schon am Rad. Wie gesagt, das Video ist deutlich kürzer. Ich habe mich einmal ganz kurz zur Seite gebracht und ja, jetzt bin ich wieder ready, um hier am Rad drehen zu können. Denn es machen meine Nerven langsam echt nicht mehr mit. Was ist das, Leute? Dass wir so bestraft werden vom Glücksrad, auch so getrollt werden vom Glücksrad. Also langsam kann man das nur Pechrad nennen und nicht mehr Glücksrad, so wie wir hier performen. Aber noch ist hier nichts zu Ende, Freunde. Und das ist unsere Ausbeutel, Leute. Mann, Mann, Mann. 1.900 Stumble-Token habe ich nur noch. Ey, das ist doch... Das kann doch nicht der Ernst sein, oder? 1.790 Stumble-Token habe ich aktuell nur noch übrig. Das ist wirklich nicht mehr so viel, wenn man überlegt, mit wie viel wir gestartet sind. Und ja, leider ist die Tendenz so, dass uns das Spiel einfach absolut gar nichts gönnt. Also wirklich Null. Null, 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 null. Das ist doch... Ey. Mir fehlen da einfach nur noch die Worte, Freunde. Ich bin sprachlos. Jetzt. Jetzt. Ja. Endlich, Leute. Es hat geklappt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Leute. Das ist doch der perfekte Start am Freitag, um ins Wochenende reinzugehen. Ich glaube es nicht, dass ich noch diesen Moment erleben darf. Ist unfassbar. Spezial-Skin. Da haben wir ihn. Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach der reinste Wahnsinn. 1.600 Stumble-Token haben wir noch übrig. Ich packe mir den Skin jetzt einmal hier rein. Und wir sehen, alle Spezial-Skins sind am Start. Sai, Tai-Shogun haben wir jetzt auch endlich nach so vielen Stumble-Tokens. Leute, das Video ist lang genug. Lasst dafür einen fetten Like da. Lasst ein Abo da. Das Video war sehr teuer. Würde mich freuen, wenn ihr das Video unterstützt mit einem Daumen nach oben. Checkt auch meinen Minecraft-Kanal nochmal hier ab. Da kam auch ein Video online. Würde mich sehr freuen. Ja. Danke, Leute. Danke, Leute.